ja und damit willkommen zurück zu the long journey home und ja ich bin hier ich habe ein problem wir sind ja jetzt hier in diese galaxis rüber gedüst und seid gegrüßt die erlaubnis zum andocken wird ehrenvollen wesen wird allen ehrenvollen wesen wie man sieht sieht man dass die leute was los ich glaube das spiel ist abgeschmiert was war das jetzt geht es doch verschlossen also kann ich jetzt hier ran oder was eigentlich nicht okay ja also was wollte ich sagen willkommen zurück und ja hier die wohl facts ich bin hier rüber gereist in diese andere galaxie und ich habe ja diesen gast an bord ja ich konnte jetzt das aufnehmen weil ich direkt an angegriffen wurde ich habe diesen gast an bord quasi diesen typen den wir gefunden haben und dann bin ich hier rüber in die galaxie und ich wurde sofort von einem von diesen wohlfax schiffen angehalten und so standardmäßig die wollten mich einfach mal durchsuchen haben mich durchsucht haben gesehen dass ich jemanden an bord habe und meinten ich hätte irgendwie eine geißel an bord und das wäre gegen den kodex dass alle leute frei sind und deshalb haben sie direkt das feuer auf mich eröffnet ganz toll dann bin ich abgehauen sie sind daher gekommen habe ich wieder angegriffen ich wusste nicht was ich machen sollte ich dachte ich fliege mal schnell hier an das tor wollte wieder zurück dann sagt er ihr seid nicht ehrenvoll und ihr dürft nicht rüber und die haben ich dann wieder raus gelassen also habe ich nicht durchgelassen ich muss wieder raus aus dem bildschirm war wieder in der galaxie in dem stern system und wurde direkt wieder angegriffen und zerstört und ich dachte mir so ja super hat natürlich zurück gespult aber man spult ja nur zurück an den anfang wo man hier in dieses stern system eingetreten ist also war ich direkt wieder hier an dem tor und ich habe mich direkt wieder abgefangen und direkt wieder auf mich durchsucht das schon feuer auf mich eröffnet so und ich habe mich jetzt hier her gerettet noch mal und aus welchem grund auch immer quatschen die jetzt mit mir also soweit bin ich beim letzten mal nicht gekommen ich guck mal kurz deshalb ich wollte jetzt eigentlich ganz theatralisch sagen wir haben es verkackt ja eigentlich bin ich davon ausgegangen dass ich jetzt gleich irgendwie noch mal zurück spulen muss und dann sofort wieder ein sprung machen ohne dass er keine ahnung ohne dass die mich ohne dass ich in der in dem stern system direkt von den abgefangen werde ich schon ausgemalt dass es jetzt vorbei ist und jetzt weiß ich nicht was jetzt los ist hier aber ich hätte sowieso keinen sprung mehr machen können weil ich überhaupt kein saft mehr darauf getriebe sehe ich gerade ich habe aber noch geld reparaturen so was haben die denn als kann einmal interessiert alles klar ich könnte jetzt mein materie antrieb auffüllen ich gehe ich nehme das tor zehn credits ich fliege zurück ich sage es nur direkt schon mal ich fliege zurück denn ich wurde hier schwer beschossen und diese ganze diese ganze galaxie ist scheinbar unter unter der kontrolle von diesen wolf x oder wolf x oder wie auch immer sie genannt werden und habe ich keinen bock drauf ich hätte direkt ich hätte direkt bei aldebaran das tor nehmen sollt und naja wie man es macht ne ok sei es nicht es sei jetzt nicht so aus was ok ich teste jetzt mal was da sind sie ja schon wieder wenn ich es nochmal das tor nehme ach das tor ist ach das ich kann jetzt immer hin und her springen oder was das ist ja interessant ich springe jetzt nochmal zurück ich muss mal was testen aber das ist eigentlich dumm das ist dumm was ich mache warum mache ich das denn ich habe ja immer noch den typen an bord ich muss diesen typen los werden ich habe mir gerade überlegt ich zeige das mal aber irgendwie ist das eine ganz blöde idee also jetzt bin ich wieder hier rüber gesprungen ach jetzt weiß ich warum ich hier rüber gesprungen bin siehst du ich wollte zu diesem planeten nein 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 oh oh jetzt gibt es wieder ärger ok 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 hi hallo ah das ist ja hier das ist es seid gegrüßt ihr seid in den raum der wolfwax eingetreten es ist unsere pflicht im namen des verlorenen königs diese galaxie vor dieben und sklaventreibern zu schützen öffnet euren frachtraum damit wir uns von eurer aufrichtigkeit überzeugen können ich habe kein sklaven so jetzt bin ich natürlich der böse ich versuche mal abzuhalten das war eine ganz dumme idee das war eine ganz beschissene idee um jottes willen das schlimme ist die kommen mir hinterher oh man nur um da auf diesen scheiß planeten zu kommen ach warum mache ich das denn und hier gibt es nur seltene ressourcen ich bin begeistert oh god die gravitation ist hoch die gravitation ist hoch aber sonst geht es oh borate die sind allerdings selten und jetzt gibt es da aluminium das ist natürlich gar nicht so selten ne aluminium ist eigentlich schwachsinn komm einen noch hallo kriege ich jetzt noch ein borat ey borat borat ich kriege hier keine borate mehr ok das aluminium lasse ich mal das ist ja jetzt nicht sooo ich guck mal was es da noch gibt heißen wow das ist ja sonst äh doof kein container mehr ok hauen wir mal wieder ab hat sich das jetzt gelohnt dafür nein ich glaube nicht jetzt killen die mich ja doch nur ich guck mal kurz schiff datenbank galaxie und ähm ok hier ist ein 300 300 warum so toll äh so toll warum so teuer ach boah ich muss von diesen typen weg also wenn ich jetzt einfach weiter fliege ne ich bin mir nicht so sicher ich bin mir nicht so sicher hier ist ein raumhafen hier ist eine schiffswerft und die kann ich auch reparieren das wäre vielleicht gar nicht mal so verkehrt boah soll ich das jetzt riskieren hier weiter zu düsen ich bin ich weiße nicht hier sind so viele leute hier sind ich sollte eigentlich echt außenrum ich sollte eigentlich echt außenrum ok ok sekunde so so was der lande modul bohrer ist defekt ach deshalb das ist natürlich doof und da ist schon der schiffsscanner defekt ähm ich hau ab ok ok was könnte mir jetzt wirklich zum verhängnis werden Äh, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Ich muss es ehrlich nochmal sagen. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Hier kosten die Tore überall 300. Die haben doch einen an der Klatsche, ey. Okay, ähm, und ich kann jetzt auch nur Alpha, äh, Gamma-Drakonis, okay. Ja, Reparatur, dies, das, jenes, das kostet auch nur 10. Dann könnte ich da rüber. Aber ich muss mal dringend zur Schiffswerft. Ui, 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 ui. Es geht doch wieder, es geht weiter. Hm. Bla, bla, bla. Oh nein. Die schon wieder. Die sollen mich bloß in Ruhe lassen, ey. Ach, okay, es sind die. Okay. Ei, 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 ei. Schneekes Schiff. Alter. Der Verstrecker. What the fuck? Was? Hergehört, Müllschiff. Das hier ist unser Sektor. Ihr wollt euch frei hier bewegen. Bestimmt selbst den Preis. Lieber eine kleine Bestechung? Oder sollen wir vielleicht direkt etwas aus eurem Frachtraum aussuchen? Mal sehen, was ihr da so habt. Das ist alles total geschissen. Ich muss weg. Ich werde sterben. Ich werde sterben. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Was für ein Mist, ey. Ich sollte auf jeden Fall, ich sollte auf jeden Fall, ähm, in die andere Galaxie rüber. So, wo ist denn hier der scheiß Eingang? Boah, was hab ich eigentlich nur für ein scheiß Pech, ey. Das geht gar nicht. Einer nach dem anderen würden sie ans Leder. So. Pass mal auf. Ähm, wie hieß welche hier? Also sie möchten ihn nicht. Gut. Dann, äh, Service. Schiffswerft. Reparaturen. Schiffsausmüge. Dankeschön. Auffüllen. Ausmal gar nichts. Händler. So, ich hab hier... Ich hab hier Bohrate. Das andere... Das andere brauche ich natürlich. Ja, von mir aus... Ich weiß nicht, was ich mit diesem Buch machen kann. Ich kann ja gar nichts damit machen. Ich könnte den... Den Typen das geben. So, für die Burate. Okay. Okay, was ist mit der scheiß Pille hier? Machen sie auch nicht. Okay, auffüllen. Reparaturen. Schiffsscanner. Okay, also der Schiffsscanner ist wieder okay. Da waren nämlich schon zwei Sachen kaputt. Passt. Gut. So, wir hauen mal ab. Und wir hauen auch hier direkt aus dem Sektor ab. Da flog der Vollstrecker. Okay. Ich könnte jetzt da rüber. Ich hätte mir gerade überlegt, hier rüber nachs Tumbler. Oder Trumpler. Aber eigentlich könnte ich auch von hier direkt nach da. Aber ich... 300 Ocken, Alter. Wo soll ich die herkriegen? Soll ich meine Seele verkaufen, oder was? Phosphate. Ungewöhnlich. Hm. So, was haben wir da? Hier ist wieder seltene Borate. Ach, komm. Ich flieg mal zu denen da rüber. Ich weiß nicht, ob das alles so eine neue Idee ist. Wo bin ich denn? Da oben bin ich. Na toll. Ähm... Eine ganz beschissene Idee. Strahlung. So, hier muss man den Planeten hier mal angucken. Okay. Hier gibt's Phosphate. Okay, alles klar. Harmlos. Wir gehen runter. Oh, Mann. Ich dachte ehrlich schon, als ich in die Galaxie rein bin, ist es vorbei, ne? Was? Motorbürsten korrodiert. Ey, es ist doch nicht zu fassen. Das Ding ist schon ganz schön im Arsch. Ist da noch was? Ne. Okay. Oh, doch. Ja, uh. Oh. Jetzt ist noch mehr von diesem... Mann, du... Noch mehr von unserem Landemodul kaputt. Kann das sein? Habe ich das richtig gesehen? Wow. Wir haben alle drei wieder voll. Das ist doch geil. Wir haben drei Sprünge. So, sie hat... Oh, ja. Gehirnerschütterung. Ach, nee. Sie hat einen gebrochenen Arm. Die soll sich nicht so anstellen. Es wächst wieder zusammen. So, zwei Defekte am Bohrer. Eigentlich ganz gut, dass es beide Defekte an dem Bohrer sind. Dann könnten wir beide reparieren. Mit einmal. Ich schaue mal kurz. Hallo. Kleine Reparaturen an der Außenhülle. Eine biologische Probe. Warum sollte ich die essen? Damit könnte ich Geräte reparieren. Sie ist die Ingenieurin. Ingenieurin. Sie repariert mal. Alles klar. Guck mal, das Landemodul ist wieder ganz. Es ist ja super. Ja, geil. Wir sind ganz. Wir sind ganz und gar bereit. Irgendwo hin. Was mache ich denn da? So, ich überlege jetzt gerade mal. Eine Sekunde mal. Ich gehe nochmal hier runter. So, da gibt es einen Händler, einen Shop und eine Schiffswerft. Das gibt es hier auch. Ne, hier gibt es keine Schiffswerft. Aber ich brauche ja jetzt gerade auch keine Schiffswerft, weil ich bin ja ganz. Sekunde mal, Schiffswerft war dafür da, dass ich irgendwas Neues mir dazu hole. Aber ist ja auch wurscht. Ich muss mal gucken. Gold. Selten ist Gold. Vermutlich auf diesem beschissenen Lava-Planeten. Und das ist ein Pulsar. Das heißt, der wird uns ziemlich ungewöhnlich. Der wird uns ziemlich an die Materie gehen. Hier sind Bodorade. Ich brauche Kohle. Also ich mache auf jeden Fall einen Sprung. Das habe ich mir gerade weg hier. Ich werde nicht jeden einzelnen Planeten besuchen. Denn das zerrt. So, die Frage, wenn ich hier rüber fliege, da komme ich nicht hin damit, oder? Ist das noch innerhalb? Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich glaube, ich glaube, nein. So, hier könnte ich natürlich Borate farmen und die dann verticken. Oder ich fliege hier rüber, weiß aber nicht, welcher Planet was ist. Komm. Ich fliege hier rüber. Ich fliege hier rüber. Untertitelung. BR 2018